Hallo, grüßt euch zu den Kanal-News heute am Sonntag, den 25. Februar, 24, News-Ausgabe Nummer 8 in diesem Jahr und auf diesem Kanal. Heute gehen wir auch mal rein mit einer kleinen winderlichen Impression. Hier aus dem Schwarzwald, auf einer Höhe von 750 Meter, hatten wir heute Nacht endlich wieder Schneefall. Das erste Mal in diesem Jahr, na gut, von Schneefall reden wir als Schwarzwälder nicht. Das war so ein halber Zentimeter, Zentimeter, die Wiesen sind weiß. Also da war deutlich mehr früher los, aber auch mal ganz cool durch die Sache einfach durchzuradeln und den Spaß zu haben. Heute am Samstagmorgen, wo ich die News immer aufzeichne, wo ich ins Büro gefahren bin, sah es einfach bei uns im Schwarzwald so aus. Auch nicht schlecht, auch mal richtig cool. Aber gehen wir mal rein in die News, was war diese Woche auf dem Kanal alles los oder in der Bike-Welt los und was hat uns Bosch noch für ein kleines Easter Egg in die ganze Sache hineingelegt. Das schauen wir auch mal nach. Da war nämlich auch ein Update, noch ein kleines Osterei dabei, was heute in den News mit Sicherheit noch ein Thema ist. Übrigens, alle, die noch kein Abo da gelassen haben, lassen am besten mal ein Abo da und ein Like da, dann verpasst ihr auch keine weiteren spannenden Videofolgen. Gehen wir mal rein in die aktuelle Woche, aber eine ganze Woche mal zurück zum Thema New Bike Day von meinem coolen Bio-Bike, dem Conway WME 7.9er. Ein richtig schönes, cooles Bio-Bike, Mountainbike, Fully macht echt Bock, hat 14 irgendwas Kilo, also auch mein Leichtgewicht. Für mich auch so ein Spaßgerät für den aktuellen Sommer und Frühlingssommer 2024, um auch ein bisschen damit die Fahrtechnik-Skills auszubauen und auch mal einfach Spaß zu haben auf einem Bio-Bike. Für mich mega, ich freue mich drauf. Aber auch, da ich so gesagt in diesem Video so am Rande, man könnte ja die auch noch umbauen auf eine Exes-Schaltgruppe von Srem, weil ich überall Exes-Schaltgruppen, vor allem an den E-Bikes fahre. Weil ich da einfach dann eine Schaltgruppe habe, die Wartungsteile sind überall die gleichen, einfach ein entspanntes Leben. War so ein Nebensatz. Und da kam prompt so ein Kommentar und ich liebe YouTube für diese Kommentare. Also die Exes-Nicht-Transmission soll ja ziemlich laut sein. Soll laut sein. Ich finde es immer richtig cool, wenn Kommentare unter Videofolgen geschrieben werden, die mir selber nie eine Erfahrung gemacht hat. Es ist mir auch auf dem Kanal wichtig, alle Aussagen, die ich hier raushau, da möchte ich vorher auch selber erprobt haben und getestet haben. Oder auch eine gewisse Erfahrung gemacht haben, wie funktionieren diese Dinge. Deswegen, eine Exes-Schaltgruppe ist überhaupt nicht laut. Die ist so laut wie der Schalttrigger bei einer Bautenzugschaltung auch. Den Motor hinhört man ganz, ganz leise den Fahrweg machen. Aber das ist wirklich so minimal. Bei der Fahrt höre ich da gar nichts mehr. Und wenn ich stehe im Straßenverkehr und Co. eh nicht. Also von dem her, die super, super leise und Srem-Exes-Schaltgruppen sind überhaupt nicht laut. Aber Transmission, die es ja sollen in dem Fall nicht so laut sein, muss man ein bisschen Obacht geben. Transmission-Schaltungen schalten ja unter Last am allerbesten. Deswegen müssen wir mal schauen, wie sich Lautstärke und Co. bei Transmission-Schaltungen verhält. Darauf gehen wir aber in einer separaten Videofolge ein, hier auf dem Kanal. Aber ganz wichtig, Transmission und Srem, die machen eigentlich immer coole Produkte. Deswegen mache ich mir da keine Sorgen drum, dass Transmission laut ist. Das glaube ich genauso nicht. Und deswegen werden wir uns auch mit so Transmission beschäftigen nächster Zeit. Aber auch mit Access, wie wir es hier auf dem Kanal schon immer hatten. Ich finde beide einfach richtig cool. In der Montagsfolge, die aktuelle Woche, haben wir wieder das Thema Bundeswaldgesetz. Alle sagen immer, die Mountainbike-Welt stöhnt auf. Wir dürfen nicht mehr fahren. Wir haben kein freies Fahren mehr. Und, und, und. Für mich wichtig vorab, ich werde dieses Thema hier auf dem Kanal wenigst großartiges mehr. Nächster Zeit kommt, ein bisschen nach hinten schieben und einstampfen. Hat einen einfachen Grund. Ich habe mit den hiesigen Behörden, Landratsamt und Co. Kontakt. Und ich weiß auch, wie komplex Radwege, Wanderwege und Co. im Wald einer Genehmigung unterliegen. Einer jahrzehntelangen Genehmigung. Das ändert auch kein Gesetz über Nacht ab. Und vor allem, da wir hier in Baden-Württemberg eine der schärfsten Regelungen eh schon haben von ganz Deutschland, mache ich mir da keine Sorgen. Bei uns gilt ja auch die 2-Meter-Regelung, wichtig zum Laufen und zum Radfahren für beide Parteien. Es war der Aufschrei unter der Folge, der wäre ja mein Lieblingswanderweg ja illegal. Nee, ist er nicht. Es gibt einfach auch keine Regel ohne Ausnahme. Wenn der Weg genehmigt wurde, ist ein Schild dran, dann kann der auch mal in Baden-Württemberg schmäler als 2 Meter sein. Einen Trailpark, den ich hier habe, habe ich auch einen Trail, der ist schmäler. Aber das ist halt einfach zugelassen. Und der unterliegt halt einfach auch gewissen Wartungsarbeiten. Deswegen muss man schauen, in Baden-Württemberg haben wir schon die stärksten Regeln, die es eigentlich gibt. Deswegen mache ich mir um dieses Thema keine Sorgen. Könnte eigentlich nur eine Erleichterung nach vorne bringen. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ich bin da eigentlich relativ entspannt und auch chillig dabei. In der Dienstagsfolge, Thema Bike-Build und Thema Reifen, Tubeless, es wurde ja ein Maxis Minion-Reifen, Downhill, war für mich eine Wahl. Als Sportgerät macht der irgendwie Sinn. Klar, verschleißtechnisch braucht er schon relativ viel Verschleiß, aber macht einfach auf dem Sportgerät richtig Bock, wenn man es mal so aufbauen möchte. Weil ich möchte auch mal für euch die Folgen machen, so alle drei Radtypen. Einmal SUV, einmal eher alltagsstraßenfähiges Mountainbike und halt einmal ein sportliches Mountainbike, dass wir einfach entscheiden können und alle mal sehen, wo auch die unterschiedlichen Klassen ein klein bisschen einzuordnen sind. Deswegen diese Ausführung von dem Convex-Jürren S2-9er, was sie ursprünglich mal war, wurde für mich dann auch gebaut in einer Ausführung als reines Sportgerät. Tubeless, erklärt sich von Leine, passt auch dementsprechend. Donnerstagsfolge war wieder so ein kleines Bekleidungsvideo oder Ausstattungsvideo zum Thema für mich, neue Bikeschuhe für 2024, Frühling, Sommer, whatever. Ride-Konzept sind es geworden wieder, was ich schon immer mal auch schon gefahren habe, finde ich ganz cool. Und dafür einfach auch mal eine Ausfolge in die Richtung kleiner Ausflug. My Bike Lifetime heißt der Kanal, deswegen gibt es auch hier mal eine Folge aus dem ganz normalen Leben raus, was ich immer angeschafft habe und ich auch mitteilen möchte, was cool geht und was weniger cool funktioniert. Und die funktionieren ganz cool, deswegen habe ich sie mir auch wieder geholt. In der Freitagsfolge hatten wir einen kleinen Livestream. Cool, einmal in der Woche quatschen mit euch, alles schick. Und es passt dann auch noch. Dann hatten wir ja noch das dicke, dicke Bosch-Update, wo uns noch ein paar coole Funktionen spendiert wurden. Unter anderem auch ein cooles Easter Egg, wo wir noch ein cooles Osterei in dem Update bekommen haben. Da schauen wir uns nachher auch nochmal drauf, also eigentlich gleich. Aber auch im Update, was mittlerweile schon ein Update vom Update bekommen hat, was eigentlich klar ist. Wenn die Updates rauskommen, sind kleine Fehler drin, die müssen behoben werden. Deswegen haben wir schon eine neue Version wiederbekommen, aber in der ist außer einer Fehlerkorrektur nichts drin. Auch das Thema war ja ganz, ganz groß. Das Thema Herzfrequenzanzeige auf dem E-Bike ist für mich so die tollste Funktion, habe ich in vielen Kommentaren gelesen. Das finde ich auch gar keine Frage. Wir müssen nur zwei Sachen da ganz klein ein bisschen beachten. Ich möchte dieses Thema E-Bike ein bisschen globaler anschauen und nicht nur das E-Bike jetzt in eine Reha-Sportrichtung schieben. Das ist für mich ganz, ganz arg. Wie ich es nicht falsch verstehe, die Funktion ist mit Sicherheit cool, dafür ist sie einfach da. Dann muss sie aber rund gemacht werden, wie schon beim Nyon 1 möglich war, wo es quasi diese Reha-Sportfunktion gab, dass ich quasi an die Herzfrequenz meine Unterstützungsstufen koppeln konnte. Das heißt, je höher meine Herzfrequenz wurde, je mehr hat mein Bike unterstützt. Dann wird diese Funktion rund und dann macht es auch für so eine Funktion Sinn. Ich möchte aber natürlich auch so ein E-Bike ein bisschen globaler anschauen. Und deswegen schauen wir uns auch in nächster Zeit mal das Thema Gesundheitsdaten auf dem E-Bike oder auf dem Bike im Allgemeinen ein bisschen tiefgründiger an. Weil ich habe das so ein bisschen gelesen, nur eine Funktion ist für mich ein bisschen zu wenig. Da gehört viel mehr dazu. Trittfrequenz, die Herzfrequenz von mir aus und, und, und. Und vor allem, welche Geräte brauche ich. Garmin, Wahoo, eine Apple Watch, whatever. Dass ich auch vernünftig Daten erfassen kann. Und deswegen schauen wir uns das Thema ein bisschen globaler an, weil ich da einfach für mich persönlich auch mal ein bisschen rein starten möchte und irgendwie auch mal so ein Thema einordnen kann, wie dieses Thema Gesundheitsdaten funktioniert. Ich werde aber auch da ganz klar schauen, wie diese Folgen funktionieren. Und wenn die natürlich nicht die größten Zuschauerzahlen bekommen, wie manche Bekleidungsthemen hier auf dem Kanal, die auch bloß nebenher laufen, dann wird für mich auch klar sein, dass es jetzt kein Kernthema eines E-Bikes wird. Das checke ich jetzt mal aus und dann gucken wir doch mal nach, wie tief so ein Thema wird. Wenn die Funktion da ist, einfach nur dutzend cool ist, gar keine Frage, bin ich ganz dafür. Aber man muss halt einfach mal schauen, dass dann auch ganz cool im Ende ausgearbeitet wäre. Thema Bosch-Update. Da kam noch ein Update vom Update, wie gesagt. Eine kleine Fehlerkorrektur. Okay, machen wir einen Haken dran. Und dann haben wir noch eine Funktion, die neu kam. Bosch kann jetzt auch um Smart System Ping-Pong spielen. Das wurde uns irgendwie als Easter Egg im aktuellen Update untergeschoben. Es wurde auch in der Fehlerkorrektur nicht rausgenommen. Also aktuell geht es noch, bei mir zumindest auf dem Fahrrad. Und wie er reinkommt, bringt gerade mal das aktuellste kleine Videoauszug ein, wo ich es mal aufgerufen habe. Ihr müsst einfach in den Infobereich gehen, dann die Minustaste für, ich glaube, sechsmal drücken. Und dann kommt er in diesen Ping-Pong-Modus rein. Ich finde es eine coole Funktion, nette Geschichte. Ich könnte es mir vorstellen, dass da so Bosch ein klein bisschen auch so die Gedanken aufnimmt, während man gerade mal das Fahrrad lädt oder wie auch immer. Dass man eine Möglichkeit hat, einfach mal eine, oder während der Wartepause auch eine kleine Möglichkeit hat, ein kleines Spiel zu spielen. Ich finde es cool. Hatte man auf dem Handy von Nokia schon vor 20, 30 Jahren so. Deswegen, warum nicht, auch auf dem E-Bike. Finde ich super spannend. Und wie lange es uns erhalten bleibt oder vielleicht auch nur ein Programmierfehler war, wobei Bosch macht ISO-Fehler nicht. Weiß ich nicht. Bin ich gespannt, ob wir es auch noch längere Zeit verfügbar haben werden oder das Update vom Update wieder rausnimmt. Mal gucken mal nach. Dann haben wir von SRAM noch eine dicke Nachricht diese Woche bekommen. Nämlich SRAM hat eine neue Bremse an den Start gebracht. Ich finde dieses Thema SRAM und diese neue Maven-Bremse, die rauskam, für mich ein cooler Meilenstein. Hat auch einen kleinen Haken, den schauen wir uns nachher auch nochmal an. Und auch ein paar Gedanken dazu, weil die Bremse auch beworben wird, ob das alles so cool geht. Die neuen SRAM Maven-Bremsen, aktuelle vier Modelle, von einer günstigeren bis zu einer High-End-Ausführung. Weil günstig ist bei SRAM-Neuvorstellungen im Regelfall nie. Und wir sind auch bei der Maven-Bremse im absoluten Top-Segment, also auch preislich. Was soll die Bremse können? Soll einfach mehr Bremspower haben. Soll einfach deutlich mehr performanter funktionieren. Und vor allem dann die Werbeaussage, wie es sich rumgeht, war die, dass man mit der neuen Maven-Bremse kleinere Bremsscheiben fahren könnte wieder, weil die Bremspower einfach höher ist. Und da sehe ich ein bisschen Problematik dahinter. Oder kleinere Bremsscheiben heißt auch schlechtere Wärmeabfuhr. Ich weiß nicht, ob der Gedanke dann so der richtige sein mag. Aber okay, die Bremse ist mega cool. Ich kann ja auch weiterhin meine 203er oder 220er Scheiben fahren, um einfach die Wärmeabfuhr wegzubekommen. Deswegen haben wir ja auf dem E-Bag auch auf Bremsscheiben mit einem dicken Aluminiumkern, dass die Wärmeproblematik in den Griff zu kriegen ist. Für mich so ein bisschen kleiner Kritikpunkt, wo ich sage, aktuell heftig ist der Preis. Wir reden im Topmodell von 700 Euro für Vorder- und Hinterrad, also 350 Euro pro Rad. Das ist ein Wort für eine Bremse. Soll aber halt auch ein bisschen in den Bereich der E-Bag-Strukturen gehen, mehr Bremspower haben, weil E-Bags einfach schwerer sind. Was man auch wirklich klar sagen kann, da macht schon mal das Ganze einfach Sinn. Und der größte Wurf, was SREM damit auch noch rausgebracht hat, ist das Thema, dass halt einfach Mineralöl jetzt in der Bremse drin ist und keine DOT-Flüssigkeit mehr. Das heißt, SREM hat irgendwann gemerkt, haben sie auch zugeben müssen in den Videos, die alle rumgehen, dass ja dieses DOT-Flüssigkeiten-Problem hat. Ich muss sie jährlich quasi warten, dass ich keine zu argen Wassereinträge in die DOT-Flüssigkeit hineinbekomme, weil DOT ist halt einfach wasserziehend. Und deswegen sollte die eigentlich jährlich gewechselt werden, was im Alltag nicht passierte. Und dann ist halt das Problem, während im Alltag merke ich nichts davon, wenn ich fahre. Fahre ich dann aber mal so zwei, drei Kilometer Downhill, da reicht eine dicke Waltautobahn. Und die Sache wird heiß, dann kocht halt das Wasser in der Flüssigkeit auf, im DOT, und dann bremst halt gar nichts mehr. Deswegen, Hydrauliköl ist deutlich quälbarer, Hydrauliköl zieht kein Wasser. Und da hat man halt einfach eine höhere Temperaturstabilität, deutlich mehr davon. Und deswegen fahren ja auch alle anderen Hersteller im Regelfall Hydrauliköle. Deswegen, coole Geschichte, ich freue mich drauf. Ich bin so gerade noch ein bisschen täglichen im Strackeln mit mir selber, ob ich mir eine zulege oder mir keine zulege. Irgendwie sagt mein innerer Engel, ja, hol sie. Teufel sagt irgendwie, nee oder andersrum, völlig egal. Ich finde es trotzdem spannend und mal gucken, ob es hier auf dem Kanal ein Video-Folge gibt zum Thema Maven-Bremse von SRAM. Haut in die Kommentare mal rein, was ihr da davon haltet. Danach noch das Thema Automatik-Modus am E-Bike zum Thema Bosch-Update, wo man ja aktuell seine Fahrmodi individuell einstellen kann in der App selber. Ich muss es nicht mehr im Bike-Shop machen lassen, also wenn die Fahrmodi ich auf dem Fahrrad haben möchte. Okay, war ein kleiner Kommentarbereich dabei zum Thema bei oftmals Cube-Fahrrädern. Da war die Automatik-Modus nicht verfügbar. Wichtig ist, die zwei Grenzen oder zwei Hürden, die es diesen Modus haben kann. Einmal muss der Hersteller diesen Modus freigeben. Das Erste. Also ihr könnt natürlich nicht auf dem Gravel-Bike einen Race-Modus vom Mountainbike fahren. Das geht nicht. Genauso könnt ihr auf dem normalen Mountainbike auch keinen Race-Modus fahren, sondern nur auf dem dafür zugelassenen Motors-Konzept. Genauso wird ihr da auf dem Mountainbike dann keinen Gravel-Rad-Modus finden oder keinen Cargo-Rad-Modus, weil es einfach sinnig ist. Ja, deswegen kann Hersteller einfach auch eingrenzen, welche Modi auf welchen Fahrrädern funktionieren dürfen allgemein zum Automodus. Das gibt eine kleine Besonderheit. Der Automodus muss einmal von eurem Bike-Shop vorinstalliert werden, dass ihr ihn auswählen könnt, wenn er schon mal freigegeben wurde vom Hersteller. Also, wenn ihr keinen Automatik-Modus habt bei Rädern wie von Cube und Co. ich gelesen habe, dann einfach ab zum Bike-Shop, ein Diagnosesystem ankabeln lassen und ihn einfach generell installieren lassen vom Bike-Shop. Dann könnt ihr ihn auch auswählen, wenn euer Hersteller das einfach dementsprechend möchte. Das war aber auch noch wichtig, heute noch reinzubringen in die aktuelle picke-perkevolle News-Folge. Kleiner Ausblick hier auf dem Kanal. Wir haben auch relativ viele Ideen und neue Projekte vor uns, weil die alten ja langsam so alle auch dem Ende entgegenschauen. Deswegen haben wir ein dickes Projekt vor uns für 2025. Die Landesgartenschau hier in Freudenstadt. Für alle auch, die vom Rad herfahren wollen, das einfach erleben wollen. Schaue ich mal nach, ob ich da medial ein klein bisschen begleite nebenher. Finde ich einfach ein spannendes Thema. Für so eine Folge in der Woche oder in zwei Wochen mit Sicherheit ein cooles Thema. Dann haben wir noch eine Videofolge, nächste paar Tage, über meine ersten 4000 Kilometer auf dem SUV-Bike, die ich endlich mal dann, oder was heißt endlich, nach so rund 6-7 Monaten geschafft habe. Coole Sache. Wie war es? Wartungsteile, Preise, was war kaputt in der Zeit? Schauen wir uns alles an. Wir gucken uns auch noch an, Thema Ergonomie auf dem Bio-Bike, Dämpfer-Gabel einstellen, Dämpfer-Gabel-Setup. Und ich glaube, langfristiger gesehen müssen wir uns auch mit dem Thema Blinker am Bike beschäftigen, weil langsam auch in der Gesetzgebung das Thema Blinker eine Zulassung erfährt. Und Busch & Müller seinen ersten Blinker auch schon am Markt hat und rausbringen wird. Zum Mitte des Jahres können wir den ersten E-Bike-Blinker von Busch & Müller auch zulegen. Also ihr seht, eine dicke, pickepacke Vollliste. Und für alle, die bis jetzt gerade eben zugehört haben und zugeschaut haben, gibt es noch vom Montageständer.bike vom Tobias für den kleinen elektrisch höhenverstellbaren mobilen Montageständer für den März eine coolen Rabattcode-Aktion. Aber es gibt für alle drei Ständer eine Rabattcode-Aktion im März. Deswegen nächste Woche schon mal auschecken. Da gibt es eine Videofolge über dieses Thema auch, über das Thema höhenverstellbare Montageständer. Uns kommt auch ein neuer kleiner Bruder dazu, auf den wir nächste Woche auch noch mal eingehen werden. Auch schon mal dahin. Geht jetzt schauen, wenn ihr einen holen wollt. Wartet noch eine Woche ab, dann habt ihr einen Rabattcode, der richtig cool funktionieren wird. Soweit diese dicke, pickepackevolle News-Folge. Diese Woche war einiges los im ganzen Bike-Universum und hier auf dem Kanal. Echt immer richtig schön, am Sonntag da ein kleines Update euch zu geben. Lasst noch ein Abo da, lasst noch ein Like da und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich mega auf euch. Macht's gut und bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal.